Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, wir sind immer noch hier in der Ecke. Ja, wir könnten hier direkt durch... Ja, hier hingen wir ja fest quasi, letztes Mal. Warum? Ich gehe jetzt so lange nicht weg, bis ich hier alle getötet habe. Was haben wir nochmal da? Pistole. Ah, die heben wir ein bisschen auf. Aber das ist ein bisschen cool in Action, oh Mann. Nichts vom Waffen wechseln gedacht, oh. Kam gegen das Skrullrad. Ah, hier hätte man auch hochkommen. Erstmal den töten. Dann ist schon mal alles besser. So, dann verlinken wir uns nochmal ganz kurz. Dann können wir nicht nochmal die Kameras deaktivieren. Data Mining? Okay, war doch was anderes. Achso, das war Geldtransfer. Scheiße. Man müsste vorher erst lesen, was man macht und dann das... ...decken. 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 Oh, wir holen uns den nochmal von hinten. Tschüss. Damit hat er mich gesehen. Ich tu dir nicht weh. Ich dir auch nicht. Nur ihr tu ich weh. Wir haben irgendwas mitbekommen. Hat der so dabei? Ist auf jeden Fall gut gelaunt, der Typ. Geht nicht. Ich habe was besseres zu tun. Komm raus. Ich tu dir nicht weh. Da geh ich nicht nochmal hoch. Kein Fall. Ist das eine Kamera? Stressbar. Wir finden dich vor, der Sohn. Hm. Wird ihr da gerne hochklettern? Aber ich habe Angst, dass ich da wieder hängen bleibe. Lassen wir mal lieber. Hab den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuch einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Hast du gehört? Die wissen ja eh, dass ich da bin. So einfach hier. Einfach hier rein zu... Ja so... Altkasten. Das ist die Unterkasten. Ich habe da, die은, die zu Control. Ich habe da, die zu Säden. Ich habe da, die zu Säden. Ich habe da, die zu Kalt. Ich habe da, die zu Säden. Die Säden. Das ist die Säden. Ich bin der Erste. Ich habe was besseres zu tun. Komm raus! Ich bin schwinzig. Ach, eine Kamera, verdammter. Ich mache die Schalten um aus. Ich werde dich finden, du Missgeburt. Ist aber höflich. Ah, über mir. Zeig deinen verkrumpften Zuckerarsch. Verkrummten Zuckerarsch? Würde ich dir gerne zeigen, aber leider... Okay, das habe ich schon. Schüsse gehört. Lebst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Ja, jetzt habe ich auch die Nase voll, ja. Weiß geschleiche. Komm her, du Zuckerarsch. Oh, nein. Kann ich für dich tun? Ich hoffe, der Laden ist sauber. Das war'n. Dann... Ja, das war'n. Vamos lascar putz. Hm, ist da runtergefallen. Ah, hier lag ja noch einer. Da fände man nicht mit. Versuch mal nicht jeden Scheiß mit. Also ich meine jetzt jede Waffe, ne? Aber es muss jetzt nicht jede Waffe mitschleppen. Vielleicht soll ich unterwegs auch mal mehr die Waffen zerlegen. Aber man kann sich ja mal angucken, was die da so mitschleppen. Mir fällt gerade auf, kann ich... Ja. Nein, auch das mache ich nicht. Hätte ich da draufgehen können, also einfach so rübergehen. Dann hätte ich es gemacht. Aber ich habe Angst, dass wenn ich da nochmal drüber drauf springe oder sonst irgendwas, dass ich dann quasi wieder dran hänge. Auf dem Gerüst. Mit dem Gerüst wieder eins werde. Sagen wir es einfach mal. Da habe ich keine Lust. So, wir sollten ja irgendwie... Ich hoffe, ihr zutrittst zu unteren Ebenen. Ja, die haben mich ja irgendwie... Irgendwie haben sie mich ja mitgekriegt. Die haben mich dann gesucht. Weiß nicht, ob sie mich gesehen haben. Ich habe einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Jep. Bin sofort da. Warte auf mich. Okay, Jury. Gibt sie dann am Weg? Bleib wachsam. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten Sie sie fest. Dieses Hemd, das kenne ich. Das Hemd. Das Hemd. Das Hemd. Ein Euro-Dollar. Ach, das hat mehrere Euro. Die brauchen wir nicht mehr. Die leihen wir uns. Aber er kann sie zurückbekommen. Wenn er wieder aufsteht. Hörst du das? Nein. Was denn? Ja, ohne Zweifel. Wir haben nicht genug Methionin für die Ladung heute. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. RTL? Eritrit. Alles getötet hier. Wir brauchen keine Fragen. Wir brauchen hier niemanden zu fragen. Wir brauchen hier niemanden. Die Nicke zu brechen. Friedenspfeife. Äh, noch so? Die lautlosen Killer-Chemikalien. Klingt nach... Wir wissen seit langem, dass AVs massisch schädliche Substanzen ältersten, darunter Aluminium, Kohlendioxid, Spefelsäure, Spefelsäure. Studien konnten zudem sogar tote, rote Blutkörperchen mit E.colin und Natrium-Klurin und Kaffelsalz nachweisen. Man muss kein Wissenschaftler sein, um sich bedenken zu können, dass diese Substanzen dem Körper schaden. Wir haben herausgefunden, dass Schwefelverbindungen in einem derart geschwächten Immunsystem zu Krebs, Herzleiden und anderen Erkrankungen. In manchen Fällen kommt es sogar spontaner, zentaler, hydrower und aktiver mit Veningitis. Aha. Pusten sie das absichtlich in die Luft, damit die normalen Leute da verrecken? Verlinken wir uns doch mal damit. Hier stecken überall unser Kabel rein. Data Mining, Data Mining, Data Mining. Es gibt wieder nur Geld. Dann nehmen wir diesmal 1C. Dann hätte ich gerne BD. Die mit 55. Den hier. Okay, ich glaube langsam rall ich's. Nach dem 100 Mal Erkacken. Aber trotzdem noch irgendetwas ermöglichen. Das lokales Netzwerk ausschalten. Verbundene Geräte. Wo sind mehrere verbundene Geräte? Warteraum. Warteraum. Okay. Das ist die Knappfilme. Und da werden die Leichen verbrannt. So. Wo ist das? Was ist das? Ich würde gerne was machen, damit sie sterben. Okay, wir können hier Wasser machen? Ist hier irgendein Gerät, das wir vielleicht kaputt gehen? Hätte das sein können, wäre cool gewesen, dass man die so aus der Entfernung so ein bisschen hätte töten können. Egal, zwei Leute, das Fliegen war kaputt. Warte mal, ich wollte mal ganz kurz... Hatte ich nicht noch die Möglichkeit Kameras? Online? Achso, offline. Nicht, dass es von mir noch irgendwelche Filmaufnahmen gibt, die die Leute töten oder was? Wollen wir ja nicht. Ja... Schwarzfähre, ja? Sieht aus, als wären Snuffs nur die Spitze des Eisbergs. Schallplatte. Hai zuhause. Hai zuhause. Heutzutage, wo die Polizei sich um Wichtigeres kümmern muss, als Tüten rauchende Rotznasen, wo man an jeder Ecke kleiner Drogen kaufen kann, sagen wir zurück zu den Wurzeln. Wozu die Taschen von Filan und Herstellern füllen, wenn du dir dein Zeug ganz bequem in deiner eigenen Garage zusammenbrauen kannst. In den folgenden Kapiteln zeigen wir dir leicht beständliche Rezepte für deine Lieblingsbooster. Viel Spaß für Jung und Alt. Joach, selbst mal ein bisschen, äh, oben, ne? Was ist das? Kann ich zünden, ja. Selber hergestellt. Auch nicht, ne? Wenn man Chemie gut aufgepasst hat. Wo ein bisschen Platz, den nötigen Platz da zuhause hat. Ich hab leider für keinen Platz. Wir müssen in den Korridor an diesem Raum vorbei. Okay. Was machen wir? Ich könnte sie auch einfach erledigen. Meine Entscheidung war zu Hüdel nicht. Woher weißt du das? Woher? Ich habe seine Bruch gesehen. Deshalb. Sie ist halt der Bruch, als es war der auf der einen Seite. Waschbächer. Was? Was? Wir sprengen mal die Ketten. Keine Ahnung was da passiert. Hey, wie wär's denn wir aufhören? Wir verlieren unsere Abwicklung bald gewinnen. Ich höre. Du und ich, wir laden Kisten meiner Karre. Wir machen uns davon. Indem auf ein Schrott? Damit kommen wir gerade mal zur nächsten Kreuzung, ehe die uns rauszerren und unsere jeden ... Scheiße. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Wir haben was gehört. Wir haben was gehört. Wir sind groß. Die Schrott brauchen mehr Power. Wir werden weniger. Die Schrott, ich weiß nicht. Die Schrott macht mir ... Ich mag Schrotflinten. Wie kann man so schrotflinten so schwach machen? Das ist ein Prezessionsgewehr. Gebe ich mal mit, aber ... Ich bin doch schon da. Gebst du noch? Wollt ihr nur sicher gehen? Hin und weiter. Tschuldi, alles kein Problem. Ich krieg das schon hin. Ganz enttäuscht. auch das ab in den korridor müssen es alles anschauen schon wenn er nicht einfach nur hier mannitionen sind wir ganz gut ich bin mit dafür glaube ich nicht fragen zum bestand netwarner ein happy end naja ein hausende stabile fenster fenster fernseher hat sich das schon mal gelohnt hier rein zu gucken gesichert geh weiter ja ich zwei hier der leiche verschwunden ja mh lecker essen anschauen klassiker geht immer ja wobei die hier aus stahl sind nicht wie die softcore plastik teile selbst wenn hier jemand freiwillig reinläuft um ein star zu werden ist nicht gesagt dass er nein ach Mist habe ich irgendwie das gespräch beendet wollte mir doch nur die handschellen genauer angucken alles ok judy kann ich mit dir reden nein kann ich nicht judy ich habe so viel essen von den leichen gefunden wollen wir dann vielleicht noch zusammen gleich essen nachdem wir hier alles guck mal ein tisch zwei stühle romantischer geht es echt nicht liegen zwar ein paar leichen herum aber hey bisschen deo drüber ist gangst sicher ist sicher gangst 1 runter wo geht es hier hin noch mehr euro dollar judy kann ich auch ein restaurant einladen wenn du möchtest dann müssen wir durch das heißt wir gehen erstmal hin es scheint ein wartungsraum zu sein mal sehen was ich da finde fenggranate die granaten hier definitiven wartungsbereich und was gefunden gucke ich noch mal kurz in oh level aufstehen zwei verfügbare vorteile wenn nicht du item herstellung was kann man denn herstellen was kann man denn herstellen zerlegen junk item automaten bisher verkaufe ich die hier eigentlich hohe kunst ich habe überhaupt noch nie was die granaten alle granaten 20 schaden versions radios alle effekte deiner eigenen granaten das heißt ich kann auf mich selber granaten werfen das ist gegen die effekte die explosion tut mir ja weh hier verringert das der schaden der toten kopf mit einer granate drauf bis zum anschlag er wirklich auflagen von tech waffen ist ja ok 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 noch ein 2,5 prozent mehr das das werde licht verringert den komponenten kopf da können wir quasi unsere eigenen killer waffen schein ich das doch erstmal erlernen wir wollen eigentlich das hier ihre ihre die Handfeuerwaffe machen wir sind ganz gut mal weg ihre gewinnen erhöht den schaden werden und das klingt doch schon das kann man doch erstmal hochballern so ich wollte aber eigentlich wollte ich mal machen mal gucken oh ja brauche ich eine seltene waffe auf 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 das nächste da ist ich kann da machen ich habe jetzt viele Aufsätze ich kann da mal einen Aufsatz dran schieben nicht gespielt recht präzis noch nicht gespielt ich könnte es ja mal testen ich werde die andere Waffe aber nicht verkaufen so warte mal wir tauschen die Schroh dran ok wirfschuss gucken ich dachte mir gerade ich habe ein bisschen Lebensenergie verloren wir können ja mal was essen machen wir hier so eine Birka Schokolade für zwischendurch jetzt kippen wir nochmal runter mit einem Hotdog mmmh lecker so bleibst du einfach hier stehen ich weiter ich habe die Waffe missverstanden ich habe die Waffe missverstanden abgeht scheiße ach sie ist ein net winner na ne ist der Geht's! Komm - 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 Da ist alle. Kamera war das. Da habe ich nicht getötet. Geile durchsuchen. Ok. So sind hier die Leichen die quasi ähm. Ach ich weiß nicht. Ich finde die doch gar nicht so schlecht. Die hat zwar nicht so einen hohen Feuerradius. Also kommt nicht so viel Schuss raus wie bei der hier. Aber machen doch Schaden. Ja gut, jetzt hier was. Oh. Dringung erzwingen. Warum nicht? Mist, was hätte ich machen sollen? Nein. Ausschalten. Oh. Oh. Da war hier im Vorraum noch eine Person die ich übersehen habe. Ich komme ja gleich. Keine Hektik hier. Ich muss erstmal alles hier durch so viel Zeug was man mitnehmen kann. Sonst habe ich die Pistole doch mitgenommen. Ich kann ja immer nur eins entweder kämpfen. oder sich alles anschauen. Ich finde im Kampf sollte man nicht alles durchsuchen. Mach ich ab und zu auch. Aber darum sterbe ich ja auch. Jetzt gehen wir da mal hoch. Die geht mir auf den Sack. Wo bist du? Nah am Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert. Damit wir leichter rauskommen. Das ist auch nett von dir. Stehst eher auf die harte Tour, was? Warte eine Sekunde auf mich. Warte Leute ey. Warte Leute ey. Ich weiß ja nicht was für Leute sind. Die knock ich einfach mal aus. Nicht. Nicht dass die dann später noch von hinten kommen. Achso ich hab die gar nicht durchsuchen. Wutiges Messer. Hm? Okay ich bin da. Suchen wir sie. Halt durch F. Da liegen auch wieder Frauenkörper. Oder das. Oh da können wir uns mit verlinken. Das machen wir doch mal. Achso. Neues Netzwerk. Woll. Gleich wie verklippt. Na. Jetzt können wir uns verlinken. So. Was haben wir in der Datamining? 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 Dann würde ich sagen. Fangen wir mit BD an. Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Du bist dran. Achso hier ist ja irgendwo auch die gleiche. Genau. Jetzt nicht bei den Parkern. Mal ein Stressball mitgenommen. Hä? Wo kommt die mir entgegen? Mitwennst du gerne? Korb? Kannst du nicht? Kannst du nicht? Kannst du nicht? Kannst du nicht? Generalmente. Und du denn mit dir machen? Äh. Kennt ihr? Guck dir. Und du dich. Boah, einfach nur weil die mich genervt hat die ganze Zeit hier mit Hirngelaber. Das ist Evelyn, fass sie bloß nicht an. Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Was denkst du denn? Was soll ich machen? Das, weshalb wir hier sind. Sie nach der Wahrheit fragen. Johnny, sie ist bewusstlos. Oder eine bessere Schauspielerin, als wir dachten. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach's. Jetzt! Will ich warten sollen. Dann schön kaputt aus. Gott sei Dank. Ev? Evelyn? Hörst du mich? Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutung oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Ähm, hey, Evelyn. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Ist das dein Ernst, wie? Du willst das jetzt machen? Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wohlang? Ich hab die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Ja, und wer, äh, was kann man denn da bauen? Sauber. Kannst du den nicht tragen? Wie schwer. Ja. Ich finde, die wiegt sich sehr natürlich. Ich finde, die wiegt sich sehr natürlich. War das der Informationsbuch über Tagebuch? Komm schon. Ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Na gut, komm, rauch überfüllen. Schon gut, wie du willst. Rauch bis deine Lungen platzen. Endlich was Besseres als die Abgase und der Gestank der Stadt. Gib zu, du fühlst das auch? Gehen wir rein. Dann kannst du dir bestimmt eine neue Lunge kaufen. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife. Geht aber nicht nach dir. Oder? Gehen wir. Entweder habe ich einen Kurzschluss oder eine religiöse Erfahrung. Ja, wir synchronisieren uns, ne? Misty? Äh, ich tippe eher auf übereifrige Neuronen. Victor sollte sich das dringend mal ansehen. Hm, okay. Dann fahren wir dann nächstes Mal nach Victor. Boah, man kriegt ja so viele Emissionen. Wann soll man das mal alles spielen, verdammt? Ach, wir haben mal einen Schluck trinken hier. Das ist ja eine hässliche Schüssel. Zukunft will ich nicht erleben. So eine Schüssel will ich nicht Kacker machen. Ne, auf keinen Fall. Sieht so aus wie die Zukunftsversion aus den 60ern oder 70ern. Wie man sich eine Toilette in der Zukunft... Also die Badewanne. Der Potten ist nicht, aber breit. Breiter als eine normale Badewanne. Ja, gut. Also die Wohnung will ich nicht nehmen. Die Büche ist minimalistisch. Für Mathilde reicht das. Betriebsanleitung. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind ein sehr stolze Besitzer eines Orten. Gern bieten wir Ihnen zum erschwinglichen Preis unsere Garantie auf Ausfallsicherheit auch erfreundlich. Bevor Sie sich mit der Steuer Ihres Orten Abenteuer stürzen, nehmen Sie bitte die Zeit und Betriebsanleitung. Ja, Instrumente anzeigen. Kapitel 1. Anti-Diebstahl-System. Kommt das nächste Sitze Sicherheitskurte rück. Fahrzeug. Warte, wo ist das denn? Wir finden ja Granaten. Unglaublich. Der grüne Tod. Sie schläft. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid hätte, hätte ich sie schon längst getötet. Genau, erst mal wir fragen, wie ist Judy? Wie fühlt sie sich? Kannst du dir doch vorstellen. Diese Stadt hat ihr den letzten Tropfen Menschlichkeit rausgesaugt. F hat ihr alles gegeben, was sie hatte und sie hat immer noch mehr, mehr, mehr genommen. Sie ist jetzt in einer Art Trance, als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen. Ah, super. Reagiert überhaupt nicht auf ihre Umgebung. Ich wollte wirklich, wirklich nicht in ihrem Kopf rumwühlen. Ich hab's nur für dich getan, damit du's weißt. Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenstip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb keine... Ich weiß. schon gut. Dann versteh ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden hab. Wie viele BDs konntest du runterziehen? Zwei. Allerdings ist nur einer intakt. War zu erwarten. Der Rest... Naja, der Rest ist im selben Zustand wie Evelyn. Hast du nicht zu gebrauchen? Du hast sie wohl schon gesehen. Ja, musste viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt Sinn ergeben. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du solltest sie unvoreingenommen ansehen. Gib dir noch einfach eine Kurzfassung. Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm schon, wie. Ich gebe gerne als erster zu, dass das nicht gut aussieht. Hey, wie geht's dir? Brauchst du was? Ich will nicht nerven, nur reden. Hm, ich glaube, da wird nichts. Wie nett du sein kannst. Hm. 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 Ich glaube, da sie ja auf den anderen Kram schon nicht reagiert hat, brauchen wir eine Zeitverschwindung. Setz dich. Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt, kaum zu editieren. Ha, bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. das Laden dauert ein bisschen. Die Qualität ist mies, aber ich hab mein Bestes getan. Hm. Die Lampe hatte meine Oma mal als Küchenlampe. So ähnlich. Wonach suchen wir? Jedes Stück Tag? Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Mach ich auch. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Ich weiß nicht. Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das oder jemand hilft ihr. Jedes Stück Tag? Die Sicherheit ist hier. Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Wirkung. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast. Parfait Bré. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schäuft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf. Biochip? Wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du dreist die Wörter? Du hast nicht an die Zeit. Nein, so höchst auf meine Zaun nicht nur hier. Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht? Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Was muss ich denn da am Anfang übersehen? Was muss ich da am Anfang übersehen? Wodoboyz? 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 zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Und jetzt? Sieht aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Da wollte ich noch mal zu Ende gucken, ja? Jedes Stück Tag? Jedes Stück Tag? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Wirkung. Und seine Nachrichten? Nur, wenn ihr das drauf hast. Parfait Brie. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich Biochip, wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist ein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden? Okay. Okay, ich glaube, wir haben alles. Was denkst du? Evelyn's Auftraggeberin. Eine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben? Ich kann auch nur raten. Sorry, V. Jetzt wissen wir, was im Clouds passiert ist. Wir haben versucht, sie kalt zu machen. Haben ihren Chip angegriffen. Also war es Rache? Weil sie sie verarscht hat? Sie wusste mehr, als sie dachten. Das konnten sie ihr nicht durchgehen lassen. Vor denen ist sie also weggelaufen. Ich hätte dazu vorstanden, dass sie auf sicher gehen wollten. Deswegen sie machen wollten. Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was? Wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Ich bin so wütend auf sie. Ihr Job war nur eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Ja, warum nicht? warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Was spricht sie für eine Sprache? Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Das sind die Voodoo Boys. Hatte ich nicht. Moment, lass mich nach einem Echtzeit Übersetzer suchen. Du kannst der mal versuchen, dich auf die Telefon Frequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. Versuch, das Telefon zu scannen. Ja, versuche ich ja. Warum scannt er nicht? Geschafft. Noch eine Sekunde. Sie haben Yorinobu erwähnt. Sicher hat Evelyn die Aufnahme deshalb so gut versteckt. Da war noch ein Name Klang wie Silver Hand Wir müssen herausfinden, was sie sagen. Könnte wichtig sein. Ich habe gerade das Echtzeit Übersetzung Tool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Echt Echt zu das das ist die die Okay, ich trenne die Verbindung. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Der war auf dem Chip. Wie? Hast du eine Idee? Auf dem Biochip, den wir gestohlen haben, war Silverhands Ngramm gebrannt worden. Ngramm? Ein digitalisiertes Persönlichkeitskonstrukt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Ja, ich mag die Wahrheit. Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße wie! Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Tut mir leid, dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablett servieren kann. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabel-Freak, okay? Juju-Kabel-Freak, okay. Wir haben ganz viele Missionen, aber... Soll ich ihn jetzt... ...gottwigs lesen? Alles gut. Shido und der Neopost... Einkaufs-Listen. Hochwertige Kontakt-Listen. Aber warte mal. Schmerztrend-Schalter für Gruppen. Frisch-Map. Reicht wird. Die Runde muss einem Haus gelten. Okay. Gehen wir mal zu Juju. Warte. Hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo-Boys erreichst? Ich hör mich mal um. Wir werden ein paar Anrufe machen. Sagen wir so, die Voodoo-Boys würden sogar einer streunenden Katze in ihrem Revier misstrauen. Aber irgendjemand muss was wissen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du's nicht. Tja, wenn du mal alleine bist oder so. Ich komm gern vorbei. Fahrstuhl. Scheiße. Ruf Mr. Hans an. Bis jetzt machen? Hey, was gibt's? Muss mit dem Anführer der Voodoo-Boys reden, wenn du das hinkriegst. Okay, okay. Du kommst also gleich auf den Punkt. Hm. Das wäre Maman Brigitte. Nicht so leicht, als hier ranzukommen. Maman Brigitte? Das klingt mal nach nem fiesen Kult-Namen. Darauf konnte ich sie noch nicht persönlich ansprechen. Aber so nennt sie jeder. Glaub aber nicht, dass der Titel ne religiöse Bedeutung hat. Die Voodoo-Boys picken sich aus ihren haitianischen Wurzeln die Rosinen raus. Mir wurde gesagt, du kommst an alles ran. Ha! Jetzt klingst du wie Ehefrau Nummer drei, wenn sie eine neue Tasche wollte. Arbeitest du nicht mit denen zusammen? Nicht mit den Chefs, Chefinnen und Priestern. Wir haben Egos wie ein Zeppelin. Und reden nicht mit Leuten wie mir. Aber wenn du da auf mir stehst, frag ich mal rum, ob sich was machen lässt. Ich brauch aber mehr Details. Hab was, das sie haben wollen. Echt? Du willst denen was verkaufen? Glaub mir, die brauchen und wollen nichts von dir. Die sind isoliert, autark. Haben ihre eigenen Kontakte, Tech, Netzwerke. Aber wie du willst. Nun gut, ich guck mal, was ich tun kann und will für mich. Das klingt ja nach Action. Bleiben wir mal kurz aus und gucken mal nach. Geht denn da die Action ab? Oben oder unten? Verdammt. Nein! Nicht hier runtergeplumpst. Nicht hier mit dem. Ich riebe mich. Ja! 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 Und das schon alle? Ohne Machete, die nehme ich mit. Hm. Das war alles. Wer auch weiterfahren könnte. Hat sich ja gar nicht gelohnt hier. Verdammt. Wo habe ich geparkt? Ach Mist, die Folge ist ja schon wieder so lang. Fuck. Ähm. Okay. Dann, ähm. Wollte ich sagen, wenden wir das erstmal. Und, ähm. Ich glaube, wir fahren als nächstes erstmal zu, ähm. Victor. Da wollen wir uns nochmal durchchecken. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like da im Kommentar da. Oder ein Abo. Dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.